So, also bei uns ist jetzt der Martin und ich habe gerade gehört, Martin, wir haben ja letztes Jahr eigentlich schon probiert, dass wir eine finden für dich auf der Couch. Das hat nicht ganz hingehaut. Nein, hat nicht ganz hingehaut. Hab keine gefunden. Hast keine gefunden? Hat sich keine gerührt oder hast du nicht zurückgerufen oder was ist da los? Nein, das hat sich schon eine gerührt, aber es war nicht die passende dabei. Nichts Gescheites dabei. Ich habe gehört, jetzt bist du schon bald 30 Jahre alt. Jetzt pressiert es, oder? Ja, schon langsam. Also, wenn es halt passen würde, oder? Was würdest du sagen, was müsste denn eine Frau haben, oder wie müsste es sein, dass es passen würde? Ja, lustig, einfach fortgehemäßig dabei sein, genau. Also jetzt keine, die gerne bloß den ganzen Tag daheim sitzt und Fernsehen schaut, sondern die muss schon auch mit dir ein wenig wo hingehen. Geilbohrenfest, oder was tust du sonst noch so? Ja, sonst Fußball anschauen, Kutschen fahren, genau, das sind meine Hobbys, genau. Und arbeitstechnisch, was tust du da? Da bin ich Zimmerer, genau, auf dem Bau. Also handwerklich kannst du dir alles dann helfen, deiner Traumfrau, wenn sie einmal wartet, oder? Genau, genau, das war's. Ja, ideal. Ähm, ja, wir, also, jetzt haben wir schon gehört, lustig muss sein, fortgehen muss, was solltest du vielleicht sonst noch haben? Ja, nicht zu dick, genau. Ja, lustig muss sein, ja, was solltest du jetzt sagen? Also, dass es halt einfach passt, oder? Dass es gerne passt, dass es passt. Ja, dann hoffen wir mal, dass das ja vielleicht klappt. Also, wenn es Martin vielleicht letztes Jahr schon gesehen hat, dann habt ihr ihn nicht getraut, dass ihr ihn anschreibt oder so, dann ritt es euch bei uns. Und vielleicht könnt ihr dann nächstes Jahr miteinander aufs Geilbohrenfest gehen. Genau. Genau.